Die Pemberton-Hirschmaus auch als Pemberton-Maus oder Pemberton-Weißfußmaus bezeichnet, ist ein ausgestorbenes Nagetier aus der Gattung der Weißfußmäuse-Beschreibung. Die Pemberton-Hirschmaus erreichte eine Kopf-Rumpflänge von 106 mm und eine Schwanzlänge von 104 mm. Die Hinterfußlänge betrug 24 mm. Die Oberseite war hell Zimtfarben bis Ocker-Sandfarben und am Rücken mit feinen dunklen Linien melliert. Der Kopf war heller als der Rücken. Die Unterseite war weiß. Der Schwanz war zweifarbig mit einer braunen Oberseite und einer weißen Unterseite. Lebensraum Die Pemberton-Hirschmaus war endemisch auf der Pazifik-Insel Islas San Pedro Nolasco im Golf von Kalifornien. Neben Pyromiskus-Beuliglas-Eli war die Pemberton-Hirschmaus das einzige weitere Säugetier auf der Insel, die eine Fläche von drei, zwei Quadratkilometer hat und ungefähr zehn Kilometer westlich vor der Küste des mexikanischen Bundesstaates Sonoral liegt. Dominierende Pflanzentaxa auf der Isla San Pedro Nolasco sind Über die Lebensweise der Pemberton-Hirschmaus ist nur wenig bekannt. Status Die Pemberton-Hirschmaus ist nur von zwölf Exemplaren bekannt, die der US-amerikanische Zoologe Dr. William Henry Byrd vom California Institute of Technology im Dezember 1931 aufsammelte. Bei nachfolgenden Expeditionen wurde das Taxon nicht mehr nachgewiesen. Die Gründe für das Verschwinden der Pemberton-Hirschmaus sind weitgehend unbekannt. Hypothesen gehen jedoch in die Richtung, dass Pyromiskus-Beuliglas-Eli besser um die Nahrungsquellen konkurrieren konnte und die Pemberton-Hirschmaus nach und nach aus ihrem Lebensraum verdrängt hat. Benannt ist die Art nach John Roy Pemberton, einem Ornithologen und Geschäftsmann, der Burts Forschungsarbeit im Golf von Kalifornien finanzierte. Benannt ist die Art nach John Roy Pemberton.